So, ich möchte euch jetzt hier mal ein Hörbeispiel geben, wie man mit einem Handy und einem günstigen 8 Euro Mikrofon vernünftige Aufnahmen erstellen kann. Ich benutze jetzt für diese Aufnahme das Zalman ZM Mic 1 Mikrofon, das gibt es für 8 Euro bei Ebay. Okay, ich nehme zeitgleich auch noch mit meinem Yeti Studio Mikrofon auf, sodass ihr da eine Referenz habt, wie das Zalman ZM Mic 1 einzuschätzen ist. Super finde ich, dass man kein Rauschen oder ähnliches hört, die Stimme wird klar übertragen und für so ein günstiges Mikrofon finde ich diese Qualität absolut in Ordnung. Im Moment steckt es einmal im Kragen, ich nehme es gerade mal ab und spreche jetzt direkt hinein und da wird dann die Stimme etwas klarer, weil ich direkt reinspreche und es nicht unten an meinem Hemd hängt. Ich hoffe, euch hat dieser Soundcheck gefallen.